Guten Abend, wie geht's dir? Salamu alaikum. Alaikum salam. Wie geht's dir, mein Bruder? Alhamdulillah, wie geht's dir? Allah, gut, danke. Was geht dir? Salamu alaikum. Alaikum salam. Ivo, wie geht's dir, Bruder? Bist du gut angekommen? Oh Allah, ich bin gut angekommen. Okay, Gott sei Dank, Bruder. Bruder, gerade ich hab über zehn Leute eingeladen. Ich sag zu mir, Ivo, mach mal das Ding zu. Geh mal ein bisschen mit Leuten, wir wohnen gucken, mach mal ein bisschen Match. Dann geh ich rein und dann seh ich, die haben manchmal Respekt, dass sie mir jetzt vier Blumen, fünf Blumen schicken. Ich bin doch kein Bettler. Ich sag, bitte vier Blumen, vier Blumen. Bruder, ich mach das Ding TikTok aus. Ist mir scheißegal. Ich sag dir ehrlich, normal, hakete, jede Runde ein Löwe. Wallah, Bruder, sag ich dir ehrlich. Ich bin doch kein Bettler, dass ich hier reinkomme und sage, bitte, bitte vier Russen. Wenn ich das mache, dann hat keiner, dann spuckt auf mein Gesicht, ja, Wallah. Ist schon, Bruder, ist schon. Wallah, die kommen bei diesen ganzen Nazis die ganze Zeit spenden. Aber bei Kürt, Ivo, Bruder. Wer ist falsch, minder? Sag mir, du, Ivo, Wallah, du bist falsch. Was sind diese Hunde? Die verdienen diesen Respekt und diese Dinge. Kürt, Ivo, kommt hier und die wollen nach... Da muss ich mir... Hallo. Alles klar, Ivo. Wallah, danke schön. Was mit Haro wieder los? Alles gut, alles gut. Nur bald wird... Bald wird er gepackt und dann wird ihn gezogen, meistens von dem Dings. Pack den auf jeden Fall. 100 Prozent. Habt ihr nicht geklärt? Hä? Habt ihr nicht geklärt? Erst wenn ich da bin, vor der Tür. Wo bist du gerade, Ivo? Bist du die Arbeitgeber? Ich bin ja noch nicht direkt, ich bin in der Mitte, so. Bingo, Musch, Warto. Erlaubst du, deine Mitte, was ich gepostet habe. Bleibst du da erstmal oder gehst du noch heim durch die Strecke? Ich geh von hier, ich sag Padajona, die gesagt. Oh, bleibst du laut, blau? Ja, ja. Ich gucke, Padajona, die gesagt. Äh, warst du laut, blau? Ja, ja. Das ist dieser All in All. Na, boah. Das ist dieser All. So, ich schmeiße mir alle raus. Oh, Allah, ich schwär dir. Diese Dings hat mich kaputt gemacht. Die Sauna. Boah, diese Meck. So. So, euer Harm ist auch live, Maschallah. Alles in life. So, ich liebe euch, Alter. Egal, geht mir nicht um Riesenhosen, vier Hosen. Oder gebt Riesenhosen. Aber ich mach doch kein Dings, dass ich mich hier blamiere. Ja, ist so, Badajona, ist so. Ist so, wenn diese Fahdinen, diese Hosen, dann geht bitte, geht bei denen rein, Badajona. Und ich habe mich. Assalamu alaikum, Ibo. Alaykumsalam, Alaykumsalam. Assalamu alaikum, Kurt Ibo. Wallah, gut. Alhamdulillah. Was geht's, Kurt Ibo? Wallah, gut, angeschön. Wallah, ich bin so kaputt. Und das ist so, oder? Mein Auge bret immer noch. Gute Wasser, unangabe. Dieser Kaffee ist bei mir in Augen reingern. Oder ich weiß nicht, wie kommt auf diese Idee Kaffee? Kaffee auf die... Mein Kopf bremt gerade immer noch. Wird, Ibo? Ja. Wallah, gibt's einer, er macht die ganze Zeit Faxen, er heißt Bangura. Kannst du einmal Schuhe auf seinen Kopf machen, Abi? Kein Problem, Bruder, ich trete auf seinen Kopf. Bangura, er heißt Bangura, Bruder. Und Bangura? Ja, wallah. Tammamm. Ibo? Ja? Wie geht's dir, mein Bruder? Wallah, mir geht's gut, Alhamdulillah. Es ist besser, ich bin in der Hama. Wallah, gut. Salamat, Bruder, Salamat. Oder was ist der Hund, der ganze Zeit meine Nummer gepostet? Ibo? Sag ihm, sag ihm, hier Bangura, sag mal Bangura, Schuhe auf den Kopf, wie du Hund. Dieser Bangura, dieser Hund. Er hat Nummer gepostet, Wallah. Bruder, dieser Hund soll posten, was muss ich davon sagen? Ganz so durchdacht, meine Nummer. Ruf mich später an WhatsApp, ja? Sag ihm, Bangura, er hat Schuhe auf den Kopf. Ibo. Ibo? Ja? Ruf mich später per WhatsApp an. Tamam. Wie? Waui, Mustafa. Halla, Kurdi, Bo. Wallah, danke, Abi. Mustafa, ich bin jetzt relativist. Chuma, Mustafa, chic extra. Ja, ja. Wir sind immer ghan, wir sind immer ghan. Wallah. Siehst du? Grat, ich habe, ich versuch, was derart. Leider, sie, guenden Lori, mal 4, Ros. Ja, Wallah. Wie soll die Bedritte, oder? Wir machen Schuhe auf Töpfe von dieser Bangura. Ja, Salami, Allah. Welche Bangura? Ich bin die Sendung. Mustafa, du Löwe. Musstik, komm rein. Musstik, komm rein, komm rein. Ich bin gerade hier. Salamu alaikum. Waalaikum salam, mein Bruder. Danke, mein Bruder. Ich habe gescheitert in Deutschland. Deswegen bin ich extra runtergekommen. Ich bin runtergegangen, ja. Ich muss rein, Wollah. Hä? Ich muss besser, besser. Bruder, nur die gute, dass du nicht gekommen bist. Dieser Hamburg, diese Verräter. Diese Ali und diese Räser-Verräter. Beide Fäger, diese beide Verräter. Ich habe gerade die Kopfschmerzen. Wollah. Du hast Verräter, was es gibt. Bruder, ich habe dir von Anfang an gesagt, scheiß auf die alle. Ja, Wollah. Habe ich dir nicht gesagt? Ich stecke diese Lamborghini in ihre Arsch rein, beides. Ja, ich habe dir von Anfang an gesagt, scheiß auf die. Richtige Fan-Guy. Ja. Ja, Wollah. Jetzt haben die, und dann bringen die mir so einen Pitch, der bleibt mich heute. Wer? Und dann, was ich mache, die blockieren mich. Ich habe gerade mein Arbe angerufen. Die haben mein Arbe angerufen. Und ich habe mir sagen, Ibo bleibt mich. Der sagt, du mach das, soll ich bleibt. Ihr Hunde, ihr kriegt euch nach Hause. Ihr seid eure Lamborghini, Ferrari. Und danach, und danach, dieser Hund schießt auf Kürze, Ibo. Das ist Männlichkeit. Das ist Männlichkeit. Du machst hier viel Ansage für mich. Wollah, machst du für mich eine Ansage. Bruder, bist du nur für Ansage hier? Guck mal, größte Verräter in Hamburg ist Rezan, Irana und dieser Ali aus Warto. Und Bangura. Und Bangura, die haben mir diese Hunde, diese Dings geholt. Bruder, Bangura, er hat mich verraten, mein Bruder. Er hat mich verraten, kannst du ihm auch eine Ansage geben, bitte? Bangura. Bangura, ich lasse dich auf Fleisch sitzen, wenn ich dich mache. Am Bootseinig, danke, mein Bruder. Mehr wollte ich gar nicht hören, wollah, am Bootseinig. Ali, hör mal zu, du Verräter. Dich werde ich auch auf Fleisch sitzen. Rezan aus Iran, dich lasse ich auch auf Fleisch sitzen. Das sind keine Männer. Die sind keine Männer. Warum? Weil die Männer, die wir haben bei uns angerufen. Ihr blockiert mich. Ihr bringt Hunde zu Hause nach Hause. Ja, du hast mich hingebracht. Jetzt verstehen wir alles. Dann blockiert mich. Ibo, hol mal Mustafa hoch. Fame geil, wollah, richtiger Fame geil. Möchten gerne. Ibo, hol mal Mustafa bitte hoch. Mustafa ist drin? Ja, der ist drin. Der hat die Anfrage geschickt. Hol den mal hoch. Ja, tamam. Salamu alaikum, jung. Nur mal? Salamu alaikum, Salamu alaikum, wie geht's dir? Gut, ciao, eine. Salamu alaikum, Mustafa. Überraschend, eh? Überraschend. Zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel Gesicht gegeben, zu viel. Ab heute bin ich nicht reich. Wo bist du, Ibo? Hä? Wo bist du dich heute den ganzen Tag in Essen? Ich bin in Heimat. Wallah, Nije? Wallah, ich bin in Heimat. Ey, wie der da sagt, ich bin in Heimat. Ich zeige euch mein Morgen, zeige euch mein, wo auf Bergen gekommen ist. Täuschend. Wo bist du denn, Ibo? Ja. Welche Stadt bist du? Ich bin gerade zwischen Dingöl, Elhase, Warto. Wallah, schön, Jau. Ja. Hast du schon Kartuzi gegessen? Oh, ich hab Kauern geholt. Guck mal, was ich geholt habe. Digo, bist du? Blut da. Guck mal, Fäigen. Boah, Injiri, Jau. Wallah, Hayat. Injiri, Injiri. Englisch. Geil. In Jarlins, die rufen ein Arme von mir an, bitte, Ibo, soll laufen. Nein. Wenn einer sagt zu mir, Junkie, sagt er mir so und so. Wallah, ich rede auch, wo ich beide seinen Kopf bewundere. Wie hat er den Gurt? Wallah, du bist bester Mann, Ibo, Jau. Und diese Ferrari und Lamborghini stecke ich euch noch in den Arsch rein. Jau, ich hab dir doch von Anfang an gesagt, geh nicht nach Hamburg. Hab ich dir nicht gesagt? Jau. Nein. Hab ich dir nicht gesagt? Also ich hab kein Mensch, ich hab hier runter. Wir holen ein Vieh zu mir, dass ein Vieh auf mich schießt, hä? Scheiß auf die, Jau. Wenn du wirst, wir fahren da wieder hin. Wallah, ihr beide, Reza und Ali, wir können nur noch nur in der Spur und in der Hand sein. Ey, Nuri. Ja, bitte. Wo bist du? Ich bin hier im Café, ja? Bei uns? Ja. Wo bist du? Ich sage, Bruder. Ich bin zu Hause, du. Ich sage, Dings. Ich gehe dahin, guck mal, was sie machen. Was ist du, Ibo? Chiat. Chiat? Bruder, das ist richtig, ja. Ja, fehlte so ein Abel. Ich gehe von Heimat. Hast du von Garten oder hast du von Pazar? Von Garten. Ali, mein Bruder. Ich gehe da auf, wie alle schießen. Ibo. Assalamu alaikum, Achi. Ich schütze auch mal, Achi. Ibo. Bruder. Bangura hat gehört, dass wir schossen haben. Chiat muss du bei Harun in den Arsch schieben. Ich gehe da auf, wie alle schossen haben. Bruder, der hat Faxen gemacht. Wallah. Wallah, der hat Faxen gemacht. Ist ein Maniak. Ist ein Maniak. So ein richtiger Maniak. Glaub mir, Bruder. Der hat noch schlimmer als Harun gemacht. Adel. Adel. Adel, was habe ich dir angeht? Habe ich deine Mutter vielleicht nicht? Habe ich deine Familie vielleicht nicht? Haste ich gereicht und sowas schreibt. Ibo, Wollah. Ich muss mich blockieren. Ei, blockiert, Wallah. Adel, Adel, Ehrenloser. Ibo, da ist. Ibo. Ja. Wo ist Harun in der Sendung? Hä? Wo ist der Sendung? Harun, der ist bei mir da gerade. 30 Kilometer. Ja. Ja, geh doch dahin. Ja, wo? Wo? Ja. Wo? Oh, er sagt eh. Edig! Ibo! Guck mal, was ihr mit mir gemacht habt. Ihr habt den großen Diff gebracht. Er bleibt mich. Mein Ehre, mein Stoff, mein Schreff. Du und Reza sind deine größte Hunde. Ich komme nach Hamburg. Geh mal raus. Geh mal raus. Auf deinen Reza. Hier haben die Leute reingebracht. Guck mal, heute, Leute, schießen auf mich. Alles wegen euch. Ich kenn diesen Hund noch nicht mal. Das ist der Ali mit dieser Lambo-Ferrari. Ich habe meinen Bruder gesagt, ich werde auf denen alles sagen. Bruder, scheiß auf die hier auch. Warum machst du die Kopfschmerzen um? Weißt du, was schlimm ist? Er ist mein Landsmann. Er kommt von meiner Stadt. Dann scheiß doch einfach auf die hier. Mach mal diesen Muslim wieder rein. Der ist aus Versehen rausgegangen. Geh mal ein bisschen leise. Mir geht es nicht um das. Mir geht es um eine Sache. Ob du oder Reza. Ihr habt mir diesen Hund gebracht. Ihr habt mir was versprochen. Guck mal, was heute passiert ist. Gestern kommt er rein. Und den ganzen Tag kürt die Bohnen, kürt die Bohnen. Ihr habt mir diese Bälle reingebracht. Ihr müsst auch für diese Sache gerade stehen. Und dann noch blockiert ihr mich noch. Und oh Allah, ich war bei euch zu Hause. Ich habe eure Namus, eure Sharaf auf meinen Kopf getan. Ich habe niemals über euch ein falsches Ding gemacht. Ich küsse dein Herz, mein Herz. Ich weiß, du feierst mich, weil ich dich liebe. Ja, ich habe dir nichts was Falsches gemacht. Aber was machst du? Komm mal heute. Blockieren. Da kommt dieser Pitch von der Seite und bleibt mich. Mich als Junkie zu zeigen. Mich als Sinn zu zeigen. Du musst da hingehen und sagen, du Pitch, wer bist du? Halt deine Schnauze. Du bist bei uns gekommen. Du hast dich hingesetzt. Sag ein Mann. Ja. Bis heute kein Telefon. Ihr ruft mich noch nicht mal an. Ihr schreibt mir noch nicht mal. Mit welchem Gesicht kommt ihr noch live? Ja. Rezan, du bist der größte Hund, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Schade, dass ich meine Zeit bei dir gebracht habe. Oh Allah, schade. Was du mir reingehmst. Das ist das Strafe. Man. Du hast du, dass du, dass du über Kürtibo redest. Du hast mir diesen Hund reingebracht. Zu mir gebracht. Zwei Tage lang. Und heute. Dann blockierst du mich. Deine Filme. Diese Filme stecke ich in deinen Arsch rein, du Hund. Es ist so. Schade. Schade einfach, dass ich dich als Bruder genannt habe. Ich habe deine Frau gesagt, das ist meine Schwester. Deine Kinder habe ich gesagt, das sind meine Kinder. Was hast du gemacht zu mir? Du hast mir geschossen. Ich war ruhig. Deine Hunde haben auf mich geschossen. Was? Er meint, warum? Was von deinem Zuhause? Du warst bei uns. Warum mein Bruder warst du? Ja? Das ist Männlichkeit. Ali, was habe ich dir getan? Habe ich dir erniedrigt? Habe ich dir was gemacht? Ich war mit dir unterwegs. Ihr musst bei mir mal erst mal reinkommen. Entschuldigen. Was passiert ist? Ihr bringt mir Hunde zu mir? Leute? Ah, siehst du? Jetzt wird dieser. Ich werde euch. Blamieren. Was ihr mir getan habt. Rezan aus Hamburg. Irana. Und Ali aus Warto. Ja, diese beiden Lamborghini, Ferrari. Wo der arrogante gesagt hat. Diese Ferrari in seinen Arsch. Bruder, ich schieße 100% auf die. Warum? Weil einer hier reinkommt. Und mir Ansage macht. den ganzen Tag. Den ganzen Tag auf Kurt über Dingsack. Und ich schieße genau auf euch beiden. Ich kann seine Videos posten, wie der mit Ali unterwegs über Kurt überredet. Dieser Hund wollte Fehl machen. Aber ihr habt auf Kurt über geschossen. Auf Kurt über. Mit euren Händen. Was von Politik. Bringt der mich bei euch nach Hause? Bringt der mich bei euch nach Hause? Bringt der mir diesen Hund? Und dann später? Soll er auf mich schießen, ne? Sowas gibt nicht. Wallahi, billah, ich hab niemanden Angst. Zitat Ende. Bist du auf dieser Welt bist? Ich stehe mit 200 Millionen Kohlen hinter dir. Zitat Ende. Hallo. Hallo, aber warte. Ich bin eigentlich sauer auf dich. Warum gehst du mit Barello live? Warum gehst du mit Barello live? Warum? Warum machst du das wieder? Warum? Warum sag mir nur warum? Warum? Und Barello, dieser Hund? Warte, warte. Du schenkst ihm die Pain. Du schenkst ihm Aufmerksamkeit. Du dann tust du Harun rein. Und er macht Harun so. Er macht Harun so. Er macht Harun so. Nicht Harun ist so. Er macht Harun so. Er macht Harun. Dieser Gutschick, dieser B-Namus macht ihn so. Dieser Scheriff Sis, Namus Sis, was er auch ist. Wir sind ja auch, er macht Harun. Ich grüß dein Herz. Ich grüß dein Herz. Herr Jalke, Herr Jalke, Gukek, man hat nicht, aber ich bin alle Barell, oder? Redet nicht über mich. Redet nicht über mich, he? Ja. Jetzt Hamburg rufen die mich an, ich muss raus. Warte.